Was geht ab Freunde, willkommen zu der ersten Folge zum Last of Us Left Behind DLC, natürlich auch im Remake jetzt für die Playstation 5. Danke nochmal an alle Unterstützer und Supporter bei dem Hauptspiel, wir werden natürlich jetzt den DLC auch nochmal spielen, damit wir wirklich alles nochmal erlebt haben vom ersten Teil. Lasst auf jeden Fall gerne als Unterstützung, als Support eine Bewertung da, würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Left Behind DLC fandet und ich würde sagen, wir legen direkt los. Nochmal kurzer Hinweis aufs Gewinnstil von meinem Partner, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr den Game auch einmal gewinnen oder gut haben für eure Plattform. Und jetzt geht's los, viel Spaß. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel, 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 Scheiße, Joel, hier, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, sag mir, was ich tun soll. Komm schon, jetzt steh ich schon auf, Joel. Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß, das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ja. Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Ja. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste drei Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was, was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Unheimlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Keles? Pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Das wäre geschafft. Freunde, da sind wir doch im DLC. Wozu, Hölle, muss ich hin? Nach oben auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, gab es hier schon Sachen zum Einsammeln hier unten? Glauben wir nicht, oder? Kam das nicht erst später alles? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, ey, geiler DLC auf jeden Fall. Also, ich fand ihn sehr, sehr gut. Vielleicht ein Ticken zu kurz, so ein Stückchen länger wäre schon ganz geil gewesen. Weil, also selbst wenn du dich gut umschaust und die ganzen Easter Eggs mitnimmst, so die Spielereien zwischen, zwischen, äh, Ellie und, äh, Mal, nee, wie heißt die nochmal? Nadine? Nee, wer hieß die nochmal? Ach, scheiße, schon wieder. Ein Arm vergessen, Blackout. Mit ihrer Freundin, mein Gott. Da bist du vielleicht in zwei, höchste zweieinhalb schon durch. Stündchen mehr? Hätte ich nicht Nein gesagt. Oh, Mist. Oh ja. Oh, Mist. Und, vor allem hätte ich auch nicht Nein gesagt zu einem DLC, Singleplayer-DLC zu Last of Us 2, aber, naja. Anscheinend soll ja lieber irgendwas Multiplayer-mäßiges kommen. Ja, das wird öfters passieren, Freunde, jetzt in nächster Zukunft, äh, bei Sony, dass sie mehr Wert auf, äh, Multiplayer legen, ne? Aber ich hoffe, sie finden trotzdem den Spagat zwischen geilen Singleplayer-Spielen wie die letzten Jahre und den Multiplayer-Zeugern. Weil ich will auf jeden Fall beides, äh, ja, obwohl, naja, beides, ja, wenn's gut gemacht ist, ja, klar, aber in erster Linie will ich persönlich geiles Secondplayer-Games. Auf jeden Fall. Das klingt doch gut. Das klingt sehr gut, ja. Die Steine nehmen wir auch mal mit. Haben wir noch nicht am Freunden. Schauen wir doch mal. Aber das wird wahrscheinlich eh alles hier leergeräumt sein. Ja, da fragt man sich, was los ist mit den Leuten. Ist das eine Blu-Ray? Aber wie kann es denn sein, dass die ganze Zeit im Hauptspiel Plakate waren? Jetzt im Kino mäßig. Und dann gibt es aber schon die Blu-Ray. Hä? Wir sind ja gerade zu der Zeit. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Also, was heißt, wir sind zu der Zeit. Ich meine, Ellie ist sowieso nach dem Ausbruch geboren. Ich glaube nicht, dass sie nach dem Ausbruch sich dachten, ach, der war ja voll erfolgreich im Kino. Vielleicht haben die Bock auf irgendeinen Film, so, während der Pandemie, so, oder der scheiße solche, die hier rumgeht. Wir pressen die mal auf Blu-Ray. Bitte lesen, der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Ich habe ihn ziemlich schwer getroffen, er ist bewusstlos. Ich habe ihn in einem American-Princess-Laden nebenan eingesperrt. Kann ihm bitte jemand helfen? 35, 30, 31. Ah, dazu kommen wir gleich. Dass sie die Tür nochmal abschicken, auch wenn die zu ist. Tja, wie zum Teufel kommen wir da rein? So, was war das nochmal? 35, 30, 31. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Mist, Sporen. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach es doch einfach. Die kleine Giraffe. Die sehen creepy aus. Junge, sehen die creepy aus. Was ist das? Was sind das für... Was sind das für Puppen, ey? Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr. Smiley, Laura. Okay, schön. Was sind das? Diese Puppen willst du doch nicht deiner Tochter schenken, ne? Was ist denn, du willst ihr schlaflose Nächte bereiten? Oder sich schon mal darauf vorbereiten, dass du mit ihr denn, sobald sie fünf Jahre ist, die heftigsten Horrorfilme guckst, oder was? Was sind das für Puppen, Junge? Das ist doch nicht hier normal. Okay. Sag mal, ja, ich habe doch das Hauptspiel schon durchgespielt. Hört doch mal auf mit dem scheiß Tutorials. Was willst du von mir? Man fragt sich sowieso immer, woher kommen die plötzlich? Woher kommen die plötzlich? Die Knarre brauchst du nicht ziehen. Wir haben ja eh keine Bulli. Ganz ruhig. Die Geräusche sind so geil gemacht. Oh, Jan. Nein. Jeder hätte hinter sich die Tür zugemacht, oder? Jeder hätte das gemacht. Aber schon wieder unrealistisch. Ich sag ja, wirklich ein richtiges Scheißspiel. Ich kann bisher nichts herstellen. Das ist ja frech. Okay, hier können wir nicht weiter. Da gibt es nur einen Weg. Den hier. Das ist ziemlich scheiße, dass wir keine Munition haben. Aber wir haben ja das Messer. Das stabile Messer. Soll es ja geben. Es soll ja auch richtig stabile Messer geben. Die man an Elisive. Nicht nur Messer, die die ganze Zeit kaputt gehen dann plötzlich. Nach einem Stich. Okay. Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag hellenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur Quarantänezone, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unseren Piloten an. S-T-W... Was? S-T-F-W... Schon... Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder das... Oberstabsfeldwebel? Ach, keine Ahnung. Ist das scheiße egal. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle gerät, kämpfte Officer Caulfield gegen die infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzen in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Befreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich wog, wie das ist... Er nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einer infizierten Verwarnung auf konnte. Warum rede ich schon wieder so? Möge ein Frieden ruhen. Captain Regan... Oder Regan... Francis. Keine Ahnung, Valeria. Das hier muss reichen. Wie gesagt, ich finde es schon eigentlich ganz cool. Ich finde es schon eigentlich ganz cool, dass sie... Ja, ich halte mich mal. Dass sie hier diesen Abschnitt genommen haben. Dass du dem DLC teilweise da spielst, wo Joel außer Gefecht ist, um zu schauen, was Ellie macht. Aber teilweise, dass du das auch so ein bisschen kombinierst mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Freundin. Finde ich eigentlich sehr nice, den Ansatz. Wie der Call of Duty-Ghost-Hund. Riley! Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie? Hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gewissen und beklagt hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Malin. Wattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon. Ja, beruhig dich doch mal jetzt. Warum machen die immer so viel Stress? Warte mal eben ganz kurz. Hat er die Einstellung nicht übernommen oder was? Doch hat er. Warum sind die so leise? Warum sind die so mega leise? Aber du redest nicht übernommen. Ach, ich bin schon. Hm, keine Ahnung. Komisch. Komisch, dass die Tagequaten wirklich ultra leise sind. Okay, jetzt zum Einsammeln liegt hier gar nichts. Oh, du hast eine Dusche, oder? Junge, was für eine Riesenwanne. Obwohl, wie alt ist sie dort? Wie alt ist sie dort? Weiß man das? Also man weiß es ungefähr ungefähr. Zwölf dann? Aber in der Hauptschule ist die 14. Ich habe keine Ahnung. Dusche? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Salzartigen bin. Ja, du bist ein Kind. Klar. Du bist eine Wurst noch. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach. Lass uns lieber über was anderes reden. Okay. Das muss ich schon mal sagen, das gefällt mir gar nicht, dass die Stimmen hier im DLC so leise teilweise sind. Das ist ja richtig, der Scheiß. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Oder? Ja, doch. Wir machen hier erstmal Schluss. Machen wir demnächst mal weiter. Wir zocken natürlich der DLC durch. Trotzdem können wir das Ganze gerne unterstützen. Dafür, dass wir es durchzocken. Und weil ihr einfach das geil findet. Ist ja klar. Wer findet es jetzt hier nicht geil, ne? Also wir hören uns beim nächsten Mal. Hau rein. Und tschüss.